Es ist wieder Osternzeit und ich zeige euch heute die perfekte Technik Eier auszublasen. Alles was wir dazu benötigen ist eine Spritze und eine Kanüle. Beides bekommen wir in einer Apotheke für ca. 65 Cent. Außerdem brauchen wir auch eine Reißzwecknadel, ein Glas und natürlich die Eier. Diese waschen wir vorher gut aus und entfernen natürlich auch den Stempel. Den Stempel können wir mit einem sogenannten Wunderschwamm entfernen oder mit ganz normaler Essigessenz. Dazu ein Taschentuch mit etwas Essigessenz anfeuchten und den Stempel wegreifen. Perfekt. Als nächstes machen wir ein kleines Loch mit einer Reißzwecknadel in das obere Ende des Eis. Einfach etwas Druck ausüben und die Nadel hin und her drehen. Um ein etwas größeres Loch zu machen, können wir die Schale um das Loch herum weiter eindrücken. Als nächstes setzen wir die Kanüle auf die Spritze, füllen die Spritze mit Luft und drücken die Luft in das Ei, während wir das Eikopfüber über dem Glas halten. Und so wird das Ganze ungefähr aussehen. Das Ei weiß und das Ei gelb wird durch die Luft nach und nach durch die kleine Öffnung am Ei rausgedrückt. Das machen wir so lange, bis das Ei leer ist. Was pro Ei ca. eine Minute dauert. Um das Ei auch von innen zu säubern, damit es nach einer gewissen Zeit nicht stinkt, füllen wir die Spritze mit Wasser und spritzen das Wasser in das Ei. Mit der gleichen Vorgehensweise wie vorhin mit dem Ei weiß und Ei gelb, kriegen wir das dreckige Wasser auch aus dem Ei. Und damit ist unser erstes Ei fertig. Was man noch machen kann, ist ein Stück vom Zahnstocher abzuschneiden, einen Faden drum zu wickeln und den Zahnstocher vorsichtig in das Loch des Eis einzustecken. Dadurch, dass der Zahnstocher sich längst ausrichtet, kann das Ei mithilfe des Fadens aufgehangen werden. Übrig bleibt nur noch das Ei weiß und das Ei gelb, ohne irgendwelche Speichelreste, die es beim typischen Eierausblasen passieren würde. Und daraus können wir uns Rüheier machen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr euch auch gerne weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.